Der Account startet in Iron 4 und das Ziel ist es mit diesem Account mit möglichst hoher Winrate und möglichst wenig Spielen nach Master zu kommen. Der Account hier ist jetzt wirklich richtig Hardstuck Iron 4. Starten tun wir mit einer 26,6% Winrate, 25 Wins und 69 Loses. Also dieser Account hat die schlechtesten Grundvoraussetzungen um ein Master Account zu werden. Und deswegen werden wir diesen Account nach Master spielen. Ich komme in dein Martina Pels, verdiene mein Geld mit Kofi, das Medellin-Kartell, bin kein fittischer Lord. Ich gebe meinen Dienern Schellen, wie Riesenwellen. Ist das Ivan Jungle oder Ivan Top? Fiddle Top. Oh mein Gott, wir spielen mit Polish LeBron. Das ist nicht sein Ernst. Dicke. Was ist denn Mordekaiser? Ist ja gebannt gewesen. Oh no, 36%. Wer ist das? Ist niemand unbedingt bekanntes, aber in High Elo Master, Grand Master Elo ist der sehr, sehr oft in meinen Games gewesen mit seinem Mordekaiser. Ich habe den als Freund auf meinem Cringe-Story-Abuser-Account. Checkpoint reached, okay. Ähm, Mensch mit Händen. Ohne zu wissen, wo du warst, wie oft habe ich dir nach Streitereien die Hand gereicht und wie oft verlügen deine Zeichen deiner Dankbarkeit. Wie oft haben wir zusammen diskutiert, wie oft habe ich probiert, doch es ist nichts passiert. Sag, wie oft habe ich mich für dich zum Affen gemacht, wie oft haben wir besprochen, diesmal schaffen wir das. Sag, wie oft haben wir alles trotz deines sturen Verhaltens, alles ausgesucht und nicht zufrieden, wie oft ist nichts passiert. Aber ich finde es interessant, äh, wird der Chat, den man mit irgendjemand hat, irgendwann mal gelöscht? Boah, ich meine, dass wir eigentlich gequatscht hatten sogar. Was ist denn der Chat denn? Boah, ich weiß nicht, wie oft sinds... Boah, ich weiß nicht, wie oft sinds. Insane mid-gap Nice This guy is scripting Und Anna ist im Chat, hallo Ich werde mal den Drake warden Ich denke gerade wo ich den Pink Ward hin mache Ich glaube hier hin Wenn ich keine Schuhe habe, lohnt sich den Botland Roaming nicht Okay, nice Der Boy muss in die Base Da brauche ich mir ein Plating Das ist so viel Wert wie ein Kill, habe ich gehört Hat Simon gesagt Das ist just a little bit unlucky Okay, wieder ein guter Trade Gucken wir mal wieder von 50 Leuten gefickt werden von allen Seiten oder nicht Ich bin ein Farmer Head for some reason Au 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 Es war dieser Moment, so wie Netta ihn wusste, er f***e ab. So, wir gehen hier in Richtung Botland. Ich spottet ihn mal. Okay, Xerath Half-Life. Gehen wir jetzt aber hin. Okay, I guess I take the win, auch wenn es irgendwie dann wieder ein Reader's Game ist. Ich kann irgendwie nicht mehr Top-Man, äh, ich weiß es nicht. Das ist das Problem, wenn man zu viel Smurft. Ich bin, also, wenn du lange in schlechter Elo spielst, du musst dich erstmal wieder daran gewöhnen, so Side-Steps zu predikten und so ein Quatsch. Das finde ich recht schwierig. Oh, da kommt der Azeroth. Das stimmt. Oh, da kommt der Gerund. Ich hab eine Lunderschaft mit den оружiellen Platz. Ich hab eine Lunderschaft mit dem Heerloh. Ja, ich bin jetzt noch nicht gegen den Luft. Merzhaft zu sein. Der Gerund hat von Schadern. Die Flucht ist ein Wunscherz für mich auf der Zeit von Schadern. Und das ist es, es geht umg. Das ist ein Wunscherz für mich zu Neuköllisch. Oh, das ist es. Degoen, das ist geschmode, dass da nicht schon ein Wunscherz für mich. Killing Spree Precise Precise, I like it There's no character here Oh no, Leona Leona You can only win if you go in And that was a rhyme within No, get out of the range Polish LeBron Geh doch aus der range raus Oh mein Gott Polish LeBron Warum gehst du denn in die W von dem Fiddle Six wieder rein Uiuiui Polish LeBron Radiance Fiddle Six ult Hat gar nicht ultet WES Bo-iate .............. , An ally has been slain Lung The G Paxia hat schon geholdet? Oh Gott Wo kommt dieser scheiß Fiddlediddle her, ey, meine Fresse. Fiddlediddle Fiddlediddle Well played, man. Well played, man. Look at him. It's over. Okay. Jetzt müssen wir echt gut spielen, damit wir es gewinnen noch. Wie hat die Essel ohne mich nicht getroffen? Okay. 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 Oh Damn Das ist ein weirdes Game, der Polish Lebronk, Yuumi and Bruiser, also auch No Skill Champ Wie ein Reporter, Mira, Big Tumor Ich mag es Das ist dein Moment, jetzt ist dein Moment So prove yourself and Lies, Lies Make them remember you Lies, Lies Push through it Lies, Lies Make them remember you Lies Lies